Entschuldigung, ich bin in vielen Jahren und Jahrzehnten gewachsen. Die Bevölkerung resigniert zutiefst. Ich bin ja mit einverstanden. In dieser Richtung stelle ich mir eine endgültige Lösung dieses Problems vor. Einatmen und ausatmen. Ganz unverblüm, mit aller Kraft. Hinher, hinher, rein, raus, rein, raus, zum Schluss raus. Il Mare Nostro, klingt wunderbar. Also muss man es heute tun. Ich sehe das Licht ganz deutlich. Ich würde mal andersrum sagen, dass man sich eher auf Ausstieg einzustellen hat, egal was er dazu vorher bekannt gibt. Wir müssen Aussteigende einsteigen. Ja, Aussteigen ist ja auch immer ein Einsteigen. Ich wäre dankbar, wenn es uns gelingt, Vernebelungs- und Vertuschungsversuche zu verteidigen. Da gibt's nur eins. Spiegel lesen. Montag für Montag. Ich bin seit einer Generation der Meinung.